Das Fränkische Stonehenge, ein geheimnisvolles Monument in der Fränkischen Schweiz inmitten der malerischen Kulisse der Fränkischen Schweiz. Unweit des kleinen Ortes Tiefenpilz im Landkreis Bamberg, erhebt sich ein Bauwerk, das an das bekannte Stonehenge in England erinnert. Dieses Fränkische Stonehenge ist jedoch keine historische Städte, sondern ein zeitgenössisches Kunstwerk. Erschaffen von dem Künstler Alexander Lemlein, seit dem Jahr 2018 widmet sich Lemlein dem Aufbau seines Steinkreises, Stein für Stein, bis er schließlich im Oktober 2023 vollendet wurde. Der Kreis setzt sich aus 52 Sandsteinstielen zusammen, die eine Höhe von bis zu 4 Metern erreichen. Sie sind im prähistorischen Stil gestaltet und wecken Erinnerungen an die keltischen Kulturen, die einst in dieser Gegend lebten. Das Fränkische Stonehenge ist nicht nur ein beeindruckendes Bauwerk, sondern auch ein Rückzugsort für Ruhe und Besinnung. Besucher haben hier die Möglichkeit, die Natur zu erleben, ihre Gedanken treiben zu lassen und sich mit der mystischen Atmosphäre des Ortes zu verbinden. Diesen Große